Buongiorno, Lucrezia. Oder sollte ich sagen, Duquesa. Ein geborgter Titel, verliehen durch meinen Mann. Unangemessen und kaum der Rede wert. Ihr behaltet euer Leben. Ich bin nur wegen der Kunstwerke hier. Ihr richtet euch neu ein? Ich zähle fünf Da Vinci-Gemälde, die ihr gestohlen habt. Und ich will sie zurück. Als ob das so einfach wäre. Mein Geburtsort, meine Familie, alles wurde mir genommen. Glaubt ihr, Ferrara liebt mich? Ich bin eine Fremde, eine Verschollene, eine Weise. Eure Gemälde sind verloren, Assassino. Ich glaube euch nicht. Beängstigend, nicht wahr? So viel verloren zu haben? Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Vielleicht. Wo sind die Gemälde? Verkauft an Francesco Colonna. Und eines an jemand ganz Besonderem. Patricio. Ihr findet ihn in der Nähe des Vatik- ... ... ... ... Eines behielt ich für mich selbst. Gibt es mir. Wache! Legt Da Vinci's Verkündigung in einen Karren. Lasst ihn vor den Mauern stehen. Motto Bene. Und nun schließt die Augen. Mein Mann kommt bald mit seinen Männern zurück. Ihr macht also besser... ... ... ... ... ... ... Vergebt mir, du Kessa. Was denn? Kein Mann kann euren Schmerz heilen. Das müsst ihr schon selbst tun. Und grüßt den Dukka von mir. Wache! 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 ... ... Ja, ergreif ihn! Mann, wirst du schon! Ja! Jetzt ab jetzt! Lupa! Stop! Auf geht's! Merde! Perfekt! Ein Rückweg, wenn ich falle! Ja! Ja! Was ist das? 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 Alle Handwerker werden angehalten, für den Transport schwerer Waren, wenn möglich, nur die Hauptplaten zu benutzen. Was ist das? 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 Das? Was ist das? Ich möchte euch sprechen! Sehr mutig! Oh, salve! Diese Huhe schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im Haus haben. Wir nehmen es gern in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palazzo, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucrezia begegnet. Ein Hinweis an alle spanischen Söchner und Abtäuber innerhalb der Stadtgrenzen. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Rene Fische! Zad, buena noin, dieses Jahrge. Und den nächsten Tag schluckst du Schäfer, ja? Hör mal ein, du hast es nicht anders gewollt. Ja, ja? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Das war's für heute. Was macht er denn da? 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 Was macht er denn da?